Willkommen zurück. Wir sind gerade dabei, hier unseren natürlichen Mineneingang zuzumachen. Zumindest so weit, dass wir hier nicht in das Loch einfallen. Auf dieser Höhe. Auch eine nicht so spannende Aufbau hier. Aber man kann ja nicht immer irgendwas Spannendes machen. Damit füllt sich das. Wird da nicht rein. Das war's für heute. Soweit schon mal ganz gut. Jetzt muss das hier noch weg. Es wird aber auch schon wieder dunkel. Jetzt müssen wir die Creeper nicht wieder alles zerstören. Wir machen das gleich mal wieder weg. Halt das Haus. Jetzt haben wir irgendwas eingesetzt. Noch eine Erde. So. Genau. Jetzt haben wir schon mal einen Grundstein gelegt. Auf unser Haus. Mal sagen. Jetzt schnell weg. Das Wasser. Erstmal sicher. Altes Haus. Was? Oh. Ich werde den Stein noch gar nicht gebrauchen. Die werden wir noch gebrauchen. Abends. Ich bin schon mal ein bisschen. Ich hatte ja auch ein bisschen was gefunden. unten schon eine kiste in der stadt das ist hier drin glaube ich, ja haben wir schon 16, das reicht sogar für das portal, das ist sehr schön hier kommt gleich noch mal das kopf rein vorwärtslarer füllt sich auf, langsam auf ein bisschen Kautschuk, Holzlager füllt sich auch auf wir gucken uns jetzt nochmal an was wir denn für einen Steinbruch brauchen werden ein Ender Steinbruch wäre natürlich auch schick dafür brauchen wir aber das dafür brauchten wir Quarz, ne der Quarz einfach glaube ich dafür und für einen Enderkern brauchen wir einen Ender Aue und dafür brauchen wir eine Wüste aber sonst könnte man nämlich auch gleich sowas bauen mal überlegen ob wir nicht gleich sogar eine Ender Query anstreben werden das weiß ich auch noch nicht wir brauchen aber vor allem auch ich strebe ja auf jeden Fall dieses Jetpack an das heißt was brauchten wir hier Schwefel braucht man Schwefel braucht man Schwefel bekommt man halt durch Lohnruten zum Beispiel das ist alles Sachen mit Kohle glaube ich wäre das eventuell auch möglich wenn man Kohle pulverisieren kann das könnte man mal im Haus testen oder kann man pulverisieren ich weiß gar nicht ob das Schwefel rauskommt ja da kommt nämlich Schwefel raus ok dann können wir auch gleich das hier anstreben äh nicht das sondern eben dieses hier davon brauchen wir einen ist das richtig ja das heißt Blei, Kupfer, Redstone Bedei, Kupfer und Redstone Blei, Kupfer und Redstone Blei, Kupfer, Redstone Blei, Kupfer, Redstone Zum Aufladen, das ist lustig. Was nächstes benötigen wir? Leder, vier Stück und Eisen. Leder hatte ich hier oben gesehen. Aber nur zwei, das heißt ja noch mehr Leder. Kupferrad. Kupferrad brauchen wir auch. Kupferrad brauchen wir auch. Eisen. Wie viele braucht man da jetzt? Zwei. Wir brauchen viel mehr Kupfer. Wir brauchen erstmal viel mehr Kupfer. Für unsere Jibpack benötigen wir viel mehr Kupfer. Wir brauchen erstmal Kupfer. Schauen wir mal hier nach unten in die alte Mine. Wir brauchen wieder Kupfer. Wir brauchen wieder Kupfer. Wir brauchen wieder Kupfer. Hier auf den ersten Blick sehe ich nämlich gar keinen Kupfer. Silber, das heißt wir müssen eigentlich waren. Binnenwein kann man auch noch. Hier sehe ich nämlich jetzt kein Kupfer. Oh, hier waren noch Diamanten. Hier waren schon mal kein Kupfer auf der Höhe. Zu tief. Dann werden wir mal... Hier gucken wir uns wahrscheinlich aber auch zu tief. Hier habe ich auch Kupfer an. Aber hier habe ich auch Kupfer an. Gucken wir einfach mal hier lang. Und was der hier so sagt. Er wäre beschossen. Ich sehe aber auch auf den ersten Blick keinen Kopfer, muss ich sagen. Na gut, dann werde ich noch mal lesen, auf welcher Höhe ist denn überhaupt Kupfer zu finden. Und hier ist wieder ein explodierendes etwas. Gucken wir uns auch noch mal ein bisschen was anderes an, zum Beispiel diese Wissensfragmente können wir uns mal angucken. Ich weiß gar nicht, wie geht das hier drinnen? Ja. Da kann man Forschungsnotizen machen, aber das machen wir eigentlich auch nicht jetzt. Das machen wir vielleicht auch in der nächsten Folge nochmal. Was das genau ist, so verzeihen wir auch nicht mehr. Das heißt, was können wir noch machen? Wir können erstmal mal Sachen reparieren. Und dann lassen wir mal eine Folge rein quetschen. Das sind Räder können wir noch besorgen. Das könnten wir nochmal machen. Können wir ein paar Kühe finden. Da sehe ich doch schon eine. Cool sagt ein paar Kühe. So, wie viele Läder haben wir? 1. 1. 1. Oh, dann werden wir ja bekommen das eigentlich vor. Von der Mauer werde ich auch noch mal irgendwann ein bisschen was holen. Hier rein, guck mal, hier ist heiß. Hier ist das Zocken. Das ist auch Eisen. Nein, nein, wir brennen und wir sterben. Und wir sind tot, super gemacht. Das war wieder mal ein richtiger Fehler. Wir sind verbrannt, das heißt, ich werde auch noch mal eine Leiche holen. Und dann war es das auch mit der Folge, glaube ich, gleich. Alles am schönsten ist nochmal aufhören. Und wenn die Luft raus ist, sollte man eine Pause machen. Und auch Biegenbrechen haben, was zu erreichen, ist doch mal eine schlechte Idee. Alles nur, weil wir hier durch sind. Und hier. Stimmt, das ist nicht normal. Nein. Weiter. Achso. Böses Skelett. Böses. Hau bloß ab. Und da liegt auch noch unsere. Das ist weg. Das wollte weg. Das gehirn weg. Das weg. Dem Anschlussack ist immer ganz wichtig. Ich sag immer was wichtiges. Und da unten. Und das mit. Und jetzt halten wir da gleich rein. Das ist auch wieder super. Wasser am Laufbänk. Und wir sind jetzt hier 42 und finden hier auf jeden Fall noch ganz vieles Minimum was wir noch brauchen werden. Und aber sonst auch nichts. Es ist aber kein Kupfer da. Kein Kupfer. Ja wie gesagt das war es für diese Folge. Falls euch das Video gefallen hat. Lass noch einen Daumen da. Und wenn nicht dann nicht. Und tschüss.